dbd bug nummer 5697 also ich bin außerhalb der märz nun mal so ich bin aus der map aufgeschehen und fall wieder kann man denn hier ganz hin und man kann einmal komplett außen rum laufen das ja geil ich lade schon mal außen rum mal gucken wo ich wieder reinkommen so ich bin im ausgangstor wir können schon mal hinterm eingang warten wenn du bock hast das ist so geil hier ist das ausgangstor das ist der geil vom dörst hier hinter dem anderen ausgangstor geht es noch ganz schön weit raus ich guck mal dass die Legion nicht gleich kommt oder dass ich ähm oh warte mal ne ich dachte gerade jetzt gecheckt hä warte mal oh jetzt bin ich wieder in die Map gefallen so ein Shit und jetzt jagt sie mich auch was mich jetzt interessieren würde wenn man jetzt einfach hinter den Ausgang geht ist man dann Escape ja stimmt das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt irgendwie noch wo war die Ecke da hinten beim Killer Shack das probiere ich aus ich komm jetzt von außen das geht das geht oh man oh man